Wir reden heute über Laufen hilft, das österreichische Lauf-Opening, was am 5. März auf der Prater Haupterle stattfindet. Und vielen Dank, dass du dieses Projekt auch unterstützt. Gerne. Wie bist du zum Sport gekommen? Na ja, ganz einfach. Ich habe schon als kleines Kind mit meinem Vater am Meer oder in jeder Sandkiste oder auch bei uns im Hof immer versucht mit Bällen zu spielen, weil das immer schon mir am Herzen gelegen ist und das hat sich dann so entwickelt. Und Sport ist einfach extrem wichtig, vor allem für Jugendliche, um sich weiterzuentwickeln. Das habe ich damals noch nicht gewusst, aber jedes Kind macht von sich aus gerne Sport und das soll man einfach unterstützen. Sport ist gesund und hilft jedem weiter. Jeder kann sich Ziele setzen und Sport hilft einfach in der Gemeinschaft so viel weiter. Es verbindet einfach und deswegen ist es auch so wichtig. Warum unterstützt du Laufen hilft Österreichs Lauf-Opening? Ganz einfach, weil ich immer sehr gerne dabei bin, wo ich merke, dass Leute dabei sind, die es von Herzen tun. Und Laufen ist sowieso gesund und da bin ich sehr gerne dabei. Wir waren ja gemeinsam auch schon mal bei einer Hilfsorganisation, wo es um Laufen gegangen ist. Es hat sehr viel Spaß gemacht und überall, wo Menschen dabei sind, wie ich schon gesagt habe, die was mit Herz machen, dann geht auch was weiter. Kommen Sie zu Laufen hilft Österreichs Lauf-Opening am 5. März in die Wiener Prater Hauptallee und laufen Sie mit uns fünf, zehn Kilometer oder die Halbmarathon-Distanz. Vielen Dank und keep on running!